Ich denke, ihr kennt die Serie Spotlight und ich habe dort Mats gespielt. Ich habe mir überlegt, ich zeige Charlotte Rieck, die von Spotlight, wo ich mitgespielt habe. Sie soll darauf reagieren. Okay, wir schauen uns den Mill-Rap an. Kennst du den Mill-Rap schon? Nein. Okay, bist du bereit? Ja. Es geht los. Erstmal, dass Mats rappt. Leute, schreibt mal rein, ob ihr noch den Rap kennt. Ich will es lieber bunzieren. Ein Schatzschmutz in der Ecke fegt. Ja. Ja. Ich will lieber ein blaues Meer. Anstatt Pfandtüten leer. Ich will es lieber bunzieren. Anstatt Schmutz in der Gegend fegt. Game für Plastik. Blau für Papier. Grün für Bio. Wir bleiben hier. Hä, das ist doch voll geil. Schatz, wie findest du meinen Spotlight-Rap, mein erster? Eine gute 5 von 10. Okay, auf welche Szene sollen wir als nächstes reagieren? Schreibt es auf jeden Fall uns in die Kommentare und macht das Plus weg.